hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Campbell ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Magic Dragons aber bevor ich das starte ich habe mal wieder was gewonnen ich habe 14 Tage Zeit den Preis abzuholen dann schauen wir mal ich habe schon wieder ein Headset gewonnen also wer das Video jetzt schaut und möchte gerne dieses Headset haben der kann mich in den Kommentar anschreiben ich werde dann beantworten wenn keiner schreibt dann werde ich meine Frau geben und die verlost es weiter ja ich werde gleich alles ausfüllen dann kommen wir mal zum Daily Musik ist noch nicht an jetzt ist Musik an und Vollbild ich kann nicht bei bei zuwerfen mit den Headset gut dann Herausforderung spielen ok und go oh Na, da war ich zu schnell gerade. So war das. 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 Ein Ei übrig geblieben. はい。 Ok, kommt der da hin, der kommt da hin, habe ich diese Blumen, jetzt kommt die Blumen da hin. Ach, Hermine. Ach, ich weiß nicht, dass ich da hin. Ach, ich weiß nicht, dass ich da hin. Da habe ich noch den einen. Und da kommt noch einer. Und da kommt noch einen. Ich muss noch eine Statue freikriegen. Und da kommt noch einen. Ich muss noch eine Statue freikriegen. Ach, die ist schon frei. Okay. Tada. Vollendet. Neuer Highschool. Ah, kostenlos. Und weiter geht's. So. Sammeln. Aufschließen. Hm. Das haben wir noch Kraschen gehabt. Na komm. Noch einmal. So. 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 wo was hinpasst. So. 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 Der kommt dahin, der kommt dahin, der kommt dahin und der kommt dann dahin. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Kommt das hin, was du erstmal nicht brauchst. Die Münze schnell noch einsammeln, bevor ich fertig bin. Alles okay? Es ist zu scharf gewesen. Ich hab letztes Video geschaut, ich wollte schauen, wie groß das Herz wird. Ich weiß, da gibt es ja neun Levels von. Das ist glaube ich gerade mal Level 4. Und das muss dann nur noch eine. Muss hier nur noch eine Statue freigesetzt werden. Dann sind wir ja fertig. Ich könnte auch eine mit den Herzen hier zu frei hauen. Aber erstmal schnell noch schauen, wie das nächste Herz aussieht. Ich will jetzt nicht alle Herzen mir anschauen, nur das nächste Herz. Oh, du ist schon frei. Na gut, komm. Na ja, scroll. Dann spielen wir noch eine Runde, in dieser Runde habe ich diese Insel auch fertig. Wo ich angefangen habe gestern habe ich bis hierhin gespielt und den Rest die Paaren. Ok und wie viel Blumen sind das? Blumen sieht auch cool aus. Wo will der hin? Es sind hier was frei, da brauche ich 15, 35, 7, brauche ich noch ein bisschen, 11. Ok das nächste wird das Feld hier sein. Das gibt nur Punkte im Herzen. Achso das war ja alles zertrümmernd. Ok. 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 Was ist da? Oh, ein Haus! Komm, meine Drachen! Drei Drachen schlafen da drin. Vier. Jetzt sind meine ganzen Drachen am schlafen. Darf man noch? Äh, wo war denn das gewesen? Naja, egal. Ach, da unten war das. Die Runde wollte ich noch abschließen. Und dann bin ich wie heute fertig. Äh, da komme ich nicht rein. Also bin ich ja jetzt schon für heute fertig. Ich brauche noch ein rotes Ei. Ah, fünf Drachen. Noch zwei Drachen. Ich füge drei Drachen zusammen. Nein. Füge drei Drachen. Naja. Ich brauche noch einen übrig. Ich brauche noch das grüne. Das brauche ich. Die beiden habe ich schon. Und, was war jetzt da? Oh, die ganze Karte. Wer kommt da hin? Ich brauche noch einen Drachen. Na gut. Dann. Kaufen wir uns einfach hier. Ah, so viel kann ich mir gar nicht mehr kaufen. Sehe ich gerade. Wollte mir drei Eier kaufen. Aber, da werde ich ein bisschen Probleme haben. Ja. Aber. Buh, dum, 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 dum. Gut. Ich komme mal da rein. Oh, hier ist noch neu. Neu. Okay. Das war's. Dann bin ich fertig hier mit. Verlassen. Okay, wer das, wie gesagt, wer Kopfhörer haben möchte, schreibt bitte in den Kommentar rein. Dass du den Kopfhörer haben willst, ich werde ihn euch nochmal zeigen. Bitte schön. Ich hoffe, ja, der Erste, der reinschreibt, der Erste, der in den Kommentar reinschreibt, den gebe ich dann den Kopfhörer. Ich habe 14 Tage Zeit. Also, wenn ich das auch ausfülle, muss ich erstmal warten, bis sie da sind. Und dann werde ich sie erst weiterschicken. Das kann auch noch ein bisschen dauern. Aber sobald sie dann da sind, werde ich sie weitergeschicken. Also dann, sag ich mal, Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.